Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town mit mir Nienchen, mit Atterboom, mit Chris Gold, mit Lapo, mit Munchkin, meine BBF, mit Sascha und unseren Gastgeber, denn wir sind in seinem Wohnzimmer heute zu Gast, Stevie! Ja, ne, ist klar Nienchen, ist klar. Das ist mir aber auch neu. Das ist mir auch alles neu. Braucht ihr mich gar nicht schämen und ich gebe die Runde frei. Ich wurde bevor die Runde freigegeben ist, mir wurden 20 Schaden gemacht. Da ist jemand an Fallschaden, wurde schon jemand gestötet. Ja, ich glaube der Chris ist runtergefallen. Ja, hier, hier, wartet, lasst mich am Leben, lasst mich am Leben. Ja, Fallschaden. Okay. Atter ist schon ziemlich wundet. Ich bin am Anfang der Runde runtergefallen. Ja, mir wurde kurz bevor die Runde freigegeben wurde, hat man mich angeschossen, ich habe 20 AP verloren. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut, okay. Da, Nienchen, ich bin hier oben und pass auf dich auf. Oh. Alter! Oh, wo kam der her? Oh, quätschig eben. Boah, ich war fast nah dran, ey. Komisch, nachdem Lapo das sagt, schlägt dieses Ding hinter mir ein. Also das finde ich ja schon fast ein bisschen verdächtig. Hallo Atter. Da kommt noch einer. Ey, wie das hier auf der Map wirkt, ist total nice. Wer ist denn das? Wer hat denn den Blick? Munchkin, du bist draußen. Oh mein Gott, wer schießt da? Atter? Ah, 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 ihr wird geschossen, ihr wird geschossen, ihr wird geschossen, wo wird geschossen? Munchkin und Atter. Wow. Munchkin, Atter? Okay. Munchkin und Atter, ja. Haben beide auf Nienchen geschossen. Wenn ich jetzt einen von den beiden sehe, oder vielleicht auch beide, muss ich mal gucken. Ich such sie noch da, ich sehe irgendwen. Nienchen, lebst du noch? Da, Atter? Und? Nein. Munchkin. Nein, ich habe keinen Moni, warte, warte. Ja, die warten bestimmt auf dich, bis du genug Moni hast, ey. Nein. Wo sind die jetzt? Wer lebt noch außer mir? Keiner mehr, ne? Nur die zwei noch. Na super. Ventilator ist auch schon an. Wollt ihr wenigstens mit mir reden, dass es ein bisschen unterhaltsamer ist für unsere Zuschauer, oder? Ja. Ich weiß, dass ihr seid. Munchi, Atter. Ach ja? Ja? Weißt du das? Ja. Weißt du es? Ja. Aha. Jeder, der bis drei zählen kann, weiß es. Aha. Aha. Ist das so? Atter? Atter ist tot, oder was? Sehe ich ja gleich, wenn ich den Munchkin weggemacht habe. Mhm. Munchi, Munchi. Munchi, Munchi, Munchi. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Auf der Schwäbsche Eisenbahn hockt er. Nö. Nö. Hier, ach, hier gibt's gar keine Eisenbahn. Ey, wo ist die Sau? Wo bist du, Sau? Ist dein Kollege nicht mehr da unter uns? Weiß nicht. Äh, ich hätte gern Radar jetzt. Hier. Ich hab halt nur Angst, dass, sobald du mich siehst, bin ich weg wahrscheinlich. Weil du, äh, inzwischen bestimmt schon eine Silenced AWP gekauft hast, oder so. Hm. Hm. Atti! Atti! Blümchen! Aha, passend zum Name. Äh, passend zum Zimmer. Naja, du musst mich ja holen. Ich hab ja alle Teil der Welt. Das ist alles cool. Ey, das Zimmer ist einfach viel zu groß. Das ist voll Lücke. Ach, Quatsch. So groß ist es nicht. Der Jungsraum ist viel größer. Äh. Er braucht auch mehr Platz für seine, für seine, äh, Carrera und so. Mhm. Mhm. In der... Wo ist denn du? Äh, wo bist denn du? Ah! Wisst? Yes! Übrigens, Atta war down. Ich hatte erwähnt. Ich hatte Atta nämlich gekillt, nur ich konnte ihn leider nicht, ähm... Ich dachte, du holst dich wieder an dein Manchkin. Ich konnte keinen Defi kaufen. Ich wollte. Und was wolltest du mit dem Newton Launcher? Ach... Ach, Mann. Was wollte ich mit was? Mit dem Newton. Was wolltest du denn damit? Keine Ahnung. Das war diese eine Waffe, die ich da nicht so ganz verstand, die ich da gesehen habe, okay? Nein! Nein! Hey, komm, nimm ja nur... Scheiße. Hey, aber ich... Ich wollte eigentlich aus... Aus dem Sniper-Modus... Ich hab mich... Ich wollte mich nämlich an die Regel halten. Nur einen Schuss mit der Poison AWP. Aber ich bin nicht mehr aus diesem Zoom-Modus rausgekommen. Und dabei hat sich dann... Mein... Äh... Ja... Mein... Pfff! Sehr guter Tag. Meine Konsole geöffnet und ich konnte nicht schießen. Deswegen... Deswegen brauch ich nicht da auch so mal. Aber wie ich... Wie ich dich einfach vielleicht killen konnte, weil du im Shop warst, dazu... Ja... Wie mies. Wenn du nicht mich töten, ich hab noch keine Waffe nach oben. Weißt du, Stevie hat das verstanden. Das heißt nicht... Ich will dich eh nicht töten. Ich will dich eh nicht töten. Ja, ja. Dann krieg ich Minus-Karma. Ja, ja. Ich hab einfach nur Schaden gekriegt. Das sollte ich mal kurz mal hinbekommen. Zum Teufel hab ich jetzt so ne Kack-Striker. Ja. Hm... Mit Recht. Nein! Warte, der krieg's gut. Nein, 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 nein! Oh! Nein, ich leb noch! Oh! Was? Da runter? Oh mein Gott! Nein, ich konnte mich noch an der Leiter festhalten. Autsch. Aber jemand ist an Fallschaden gestorben, glaub ich. Nein. Ich hab fünf farbig noch. Ja. Also ich bin quasi tot. Stevie hätte dir den Rücken geschossen, deswegen würdest du es nicht mehr... Ich bin Dezler, aber ist okay. Nein. Stimmt. Warum? Gehirnsturz? Hörsturz. Hörsturz. Oh! Lass mal, da Chris, da Chris war's! Chris? Da flog gerade ne Leiche. War sie tot? Nein, nein, nein. Komm, ich will. Ja. Nein, ach komm. Wer schießt hier? Wie, ich keine Waffe abgekriegt habe. Ich hab das Ding hier weggemacht. Ich hab auch nur ne Kackstriker. Ich hab auch nur ne Kackstriker. Komm mal, dein Bibi das Zelt weg. Die Krober-Action, Alter, passt doch. Muss ich ernsthaft an die Kackleiter dann anspringen? Oh mein Gott. Hab ich hier tot? Ne, die hab ich schon, äh. Aber keine Waffe. Ich glaube, Chris Gold hat gerade gesnipert. Nein. Nein, sagt er. Bibi, lebst du noch? Ja, ja, natürlich lebe ich noch. Nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen. Ich komm hier nicht so schnell runter. Ich hab immer wieder. Ich war derjenige, der identifiziert hat. Ich war derjenige, der identifiziert hat. Jemand hat mich angeschossen. Ich hab noch 73. Wo wurde auf mich geschossen? Da ist jemand gestorben. What the fuck? Wo? Bei mir schlangen Schüsse, das gefällt mir nicht. Bist du denn? Ja, ne, das verrate ich dir jetzt mal lieber nicht, du. Ja, hallo? Ja, ja, ja. Als wenn ich dir was bürgerisch tun würde. Könnte ich jetzt mal eine andere Waffe finden als die scheiß Striker? Achta. Chris Gold ist es! Nein! Doch, Junge. Hey, die Striker macht Schaden. Warum findet ihr sie eigentlich so kacke? Nur im Nahkampf. Okay. Oh, äh, Slam oben, ganz oben im Schrank. Also auf der höchsten Etage. Jetzt hab ich mich natürlich verraten. Komm, Arthur, du bist doch der letzte, der übrig ist, oder? Rede mit mir, mein Freund. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ganz schlecht. Evi, warum liegt da denn keine Waffe bei dir? Weil Stevie, äh, auf Frieden aus ist. Was? Ach, Arthur, ich glaub nämlich, dass er mich gekült hat und mir die Waffe genommen hat. Na, Arthur? Das hättest du meine Tastatur in der Fresse, Alter. Wie viele Traitor haben wir gerade? Wie oft hab ich denn Chris, wie oft hab ich denn Chris geholfen? Wie oft hab ich denn Chris geholfen? Wir haben zwei Traitor momentan. Keine Ahnung. Weil Nienchen ist durch einen Sniper Schuss gestorben, den ich nicht gehört habe. Nein, 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 nein. Ich bin durch einen Sniper Schuss gestorben, den ich nicht gehört habe. Ey, du warst vom Blut umringt. Ich war, ich bin runtergeflogen. Du warst vom Blut umringt. Durch Fallschaden wird kein Blut gespawnt. Stevie ist leider Gottes bei der Schwangerschaft gestorben. Das Baby hat ihn umgebracht. Das war gerade schon so ein leichter Jumpscare für mich gerade. Umgedreht stehst du plötzlich vor meiner Fresse. Ich hätte bei der Stryker bleiben sollen. Da hätte ich sogar noch eine Chance gehabt vermutlich. Ja, aber ich habe ein Radar gehabt. Von daher wusste ich, wo du warst. Wann bin ich eigentlich gestorben, wenn ich mich fallen darf? Ich habe keine Chance gehabt, weil das Problem an der Stryker ist, die zieht so dermaßen hoch und macht nur zwei Schaden oder drei Schaden pro Treffer. Ich habe Chris Gold direkt 70 Schaden oder so mit einem Treffer gemacht. Und dann ist er runtergefallen und gestorben. Die Streuung von der Waffe ist halt ziemlich groß. Wenn du von der Nähe drauf schießt, ist ja klar. Gut, und du standest halt nur ein, zwei Meter von mir entfernt. Das hätte richtig böse für mich. Ich finde hier einfach keine Waffen. Also diese Map, wie oft ich da immer wieder Schaden kriege. Einfach mal Fallschaden. Okay, nur drei Schaden. Da mache ich auch keine Waffe wieder. LOL. Oh, da ist jemand. Ich denke, das war Chris Gold. Achso, von dir brauche ich ja keine Angst haben. Wir müssen Däde. Er ist auf der Leiste gelandet. War er das? Ja. Darf er das? Darf er das? Darf er das? Darf er sterben. Darf er das? Was willst du? Ich wollte Rückwärts die Leiter runtergehen. Richtig. Oh, Latte. 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 Latte, Junge. Latte? Wer hat eine Latte? Was? Ich muss die Latte gleichzeitig sagen. Aber da kommt eine Latte raus. Nein, das ist schlecht. Latte. Latte. Ich hätte mal Latte sagen sollen. Dann hätten wir noch Schleuchwärmung hier drin gehabt. Hast du doch gerade. Was? Nein. Das übernimmt. Doch, du hast es gerade gesagt. Nein, nein, nein. So etwas meine ich. Nein, nein. So etwas meine ich. Nein, würdest du nie tun. Oh, Stevie auch noch vor der Nase. Ey, ich wollte da hoch. Komm schon. Ja. Habt ihr einen Latte gesagt? Ja, ich meine schon. Stevie, geh mal weg hier. Ich habe doch gerade getrunken. Ich sehe keine Waffe bei dir. Ey, du? Dein Name wurde drin. Ich bin noch nicht taub. Und die sind alle toll. Okay, immer pass auf dich. Da ist ein Unidentifizierter. Oh mein Gott. Der ist nicht Unidentifiziert. Ich habe den den. Un-Un-Un-Un-Un. Und Dun-Devizien dazu? Ich habe den identifiziert. Sascha! Wer, der spielt mit. Finde ich. Gehen wir mal schön bei Miki auf, alles klar. Sehr im Neumoderner Fernseher, ist klar. Lesen tut sie auch. TPS Report Januar 99. Die ist ja komische Sachen. Neumoderner Fernseher nochmal. Was erzählen wir für Bücher? Kann man was lesen? Nee, ich werde durch. Ja, war... Was ist das? Wie viel tote Leiche? Und du warst dann auch tot. Ganz ehrlich. Hey Leute, ich bin da oben auf dem Brett. Ruft lautstark Lapo. Als ich umgelegt werde als Dete. Und es wird kein Schwein. Doch, ich habe das gehört. Aber ich habe ja Lapo nirgendwo gesehen. Danach habe ich nur eine Person gesehen. Die war Sascha. Ja, die hatten sie einfach mal gekillt. Du hast mich nicht einmal getrunken. Nee, das sei ja das Problem. Lienchins Wohnung gesehen. Ja, die sieht exakt so aus. Also ich war quasi die Vorlage für diese Map. Oh, jawohl. Jetzt geht's los. Wieso geht's los? Ab'n SG. Alter, wieso sind hier so ungefähr drei Waffen auf dieser Map verteilt? Nö, es gibt genug. Nein, nein, nein. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich kriege die Leute, die da sterben. Das ist der Shit, ey. Nienchen, unter den Bett nicht da rein, oder? Ja, aber das ist ja auch der meistens im Shotgun oder so. Nö, im P7. Ja, das bringt mir auch nichts. Dann ballert schon jemand gerade rum mit einer Schrotze. Gut, dass ich ne SG552 hab. Nee, das war nie. Okay. Es ist Gold bei mir. Ich trau mich nicht. Okay. Ja, ja. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Sie lebt noch. Ja. Ja, sie lebt. Sie lebt doch. Ist doch da. Lienchen schieß doch weg. Was? Oh, nee, das ist sie. Lienchen gemacht. Was? Munchkin ist hier oben. Schön. Ich wollte den Witz einmal in Retour bringen, Atta, aber ich hab's verkackt. Ich hab's nicht mit Nienchen gemacht, ich habe sie gemacht. Munchkin ist es. Munchkin? Ich hab ihn gerade noch gesehen sogar. Ja, der ist im Treppenhaus drin. Vor dir irgendwo. Der hat Atta gerade über den Haufen geballert. Also Atta ist tu. Der hat sich doch gerade geheilt. Nein. Warum zieht der die? Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. HAAA! G-G-G-G. schon so heimlich gelacht hat hat er sich wohl verraten dass er tot ist würde ich mal behaupten und von daher ist chris gold glaube ich der letzte übrige oder halt munchkin weil chris gold gegebenenfalls gerade gestorben ist und das wo seid ihr denn ach da bist du munchkin alles klar ich komme was wohl alles klar wo ist er denn oh nein ich munchkin nicht down gekriegt habe gar nicht ich habe es gehört wie er sich gehalten aber habe ich ihn noch nicht gesehen du hast mich angeguckt und ich habe die shotgun ausgerüstet und er hat sie nicht ausgerüstet dann habe ich nochmal durchgescrollt und habe nochmal auf ich habe mich schon gewundert warum du mich sofort losgeschossen hast ja das war es ja nach dem juggernaut habe ich die ja ja den fehler habe ich aber auch entdeckt dass wenn du den juggernaut nimmst hast du zurzeit probleme die waffe auszuwählen ich weiß nicht warum das so ist das ist voll von arsch das war übel knapp diesen fehler habe ich nämlich auch schon entdeckt die animation braucht ein paar sekunden nein die animation war schon durch ich stand vier sekunden da und konnte nichts machen wirklich wie gesagt ich habe das auch erlebt da habe ich glaube ich zur v-bar gewechselt und dann konnte ich auf die normale werfe wieder wechseln ich glaube jemand hat auf mich gesniped ok wo bist du ich bin aber wie ich dich einfach nicht down gekriegt hatte im ernsten wo oben ist chris chris nicht dass du nochmal durchfallschaden schierst nicht dass du wieso schießt du wieso schießt du chris aber wäre ich nicht runtergefallen das wäre so eine schöne runde geworden warum denn nicht das gefällt mir nicht dass du schießt das wäre so ein schönes von wo kam es du ich habe gesehen dass du schaden bekommst aber von wem äh lapo du hast du bist hört ja ich bin in die insel reingelatscht die im im lüftungsschacht lag achso ich habe doch schon gemeckert dass da schon wieder irgendein assi sein ding reingeworfen hat mit drei dingen also wir wollen nicht wissen wer wo was wie irgendwie und jemand schießt auf mich chrisgold warum es chrisgold hat weil er vorhin schaden bekommen hatte ich habe das auch gesehen nur leider wusste alter nur leider wusste ich nicht von wo er den schaden gekriegt was hast du gerade gesagt achso ok ok das heißt den ersten haben wir also ich krieg schaden von 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 niente warum stirbst du nicht einfach ich habe hier oben lapo gefunden lapo ist tot ok ich glaube ich raus ähm danke atta hast du ein defi nö nicht gekauft bisher ok ich könnte ihn kaufen also ich hab also ich hab dich zumindest mal zu lapos leiche äh äh ja gerufen den ich hier oben gefunden hab ach geh doch runter jetzt man ich will doch runter ich will doch runter ah da krieg ich mich doch nicht auf hier oh sack sack ehrlich jetzt chris und ich äh kuschelt hier gerade mit dem ventilator ich wo geh ähm 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 ah ups ach leck mich da am arsch eh hm ich komme auch nicht mehr runter aber ja die treppe die treppe gehe eh wieder runter ura Fläscherbeam ura Uuuuuhh Gott dammit geht er runter! Holy shit! Ich selbst Sascha. Oh, dass ich selbst. Ja, ich wollte dich gerade mal wiederholen, aber... Leitern sind nicht mein Ding. Das war aber ein Aktionchenchen. Jetzt geht doch in unser Patschtauen. Außerdem konnte ich deinen Namen nicht lesen. Deshalb wartest du erstmal diese Reaktion. Nur fliegen ist schöner. Ich finde, ich habe viele gekillt. Ich bin zufrieden mit meiner Arme. Du hast mich gekillt. Aber die Dings, die Remington hat immer ordentlich wieder Damage bei dir gemacht, Sascha, ne? Ja, gut. Mein Magazin war dann halt leer. Ich musste nachladen. Ich habe dreimal auf dich geschossen. Und das, obwohl ich immer so Happy Cursor habe. Und du warst tot. Ja. Wer hat da alle abkrankt gemacht? Oh, werde ich Tee? Ich will keine Winchester haben. Also, wenn Lauf in ein paar Sekunden keine Winchester mehr hat, Freakill, ne? Lass mich da bitte durch. Da darfst du jetzt durchgehen, hier. Ne, ich will da gar nicht lang. Da gehe ich da lang. So, da gehe ich da auch lang. Nicht, dass... Haste diese Map. Ehrlich? Nicht, dass du wieder durch ne Leiter stirbst, Nienchen. Ich, eh, hundertprozentig. Ey, nein. Nicht hinbekommen. Äh? Wo sind denn die Leute hier? Ey, jemand hat den, äh, die Windmühle angemacht. Ja. Und ich glaube, da dran ist jemand gestorben. Ja. Ja. Da liegt ne Leiche. Kommt aber grad nicht hin. Wo liegt die? Direkt bei der Windmühle. Also bei der Traitorfalle. Äh. Da komme ich auch nicht hin, glaube ich. Ja. Geh weg von mir, mein Schind. Hast du... Was hast du, deine Hand? Ne. Wie, was ich da in der Hand habe? Aber ich kann dem DT ja helfen. Höchst du? LOL! Da ist jemand beim Friendship-Ding draufgegangen. Ich habe Angst. Dito, ich verstecke mich. Ich gucke ne Runde fern. Du guckst ne Runde fern. Wo hat's hier ne Glotze? Ich glaube, ich glaube, LARP hat auf mich geschossen. Also bei der Windmühle liegen zwei Leichen auf jeden Fall. Tun sie das. Wow! Ich glaube, bei mir in der Nähe ist ne Bombe explodiert. Ja. Ja. Und da unten zielt der Atta hoch. Oh du Mistkerl! Oh du Mistkerl! I will survive! Nein! Ist schon wieder so kacke! Mann! Ich will nicht... Ich hatte voll Stil, wie ich zu dir hingekommen bin, Alter. Wo ist ein Puppenhaus rausgesprungen über die Schublade. Wer lebt denn jetzt noch? Was ist das jetzt? Ach, da spielst du noch mit dem Buddy Boom? Yes. Ja, scheiße. Haben dich gespielt, ja. Weißt du, was noch auf dich gewartet hätte? Der Orbital? Friendship Beam oder die Poison? AWP. Noch keiner, als du tötest, weil ich dann fragst, wie ich da frage. Als hätte ich da antworten dürfen. Ja, nein, ich weiß. Das war natürlich ne rhetorische Frage, die du mir nicht beantwortet. Ja, warum... Weißt du schön... Letzte Runde. Alles klar. Weiii. Einfach mal zum Schluss nochmal so ein Friendship Beam. Ja, weil's so schön ist. Ja, weil's so schön ist. Wieso hat der eigentlich diesen rosa-schwarz-back bei mir da? Also als hätte der keine Textur oder so. Boah, dem einen Friendship Beam bin ich aber schön ausgewichen. Ja, mein C4 unterbett hat dich nicht getötet? Nee, ich war ziemlich weit oben im Trailer-Puppenhaus drin. Hast du ein Glück, Mann. Warum renne ich hier oben hin? Hier bin ich Frischfleisch-Erfüger. Ich dachte, es ist jemand untergefallen, oder? Eine Waffe. Oh, zu geil. Ab er schießt mit Bodyboom. Ich probier's Klick. Erst mal in Ewigkeit, dass ich Bodyboom benutze. Ja, doch. Das war echt. Gibt's noch irgendwo ne Waffe für mich oder so? Ich hab auch nur ne Kack-M16. Ich hab gar nichts. Also sei froh, dass du irgendwas hast. Ja, komm, Stevie, ich kann dir ne Remington droppen. Also ist besser als überhaupt nix. Hier liegt schon die erste Leiche. Ohne Shonny. Nienchen lacht grad so. Ich hab gar nicht, das war gar nicht ich. Und dann war das Lapo. Ja, genau. Weil ich genauso lach wie Nienchen, ey. Weil der ist so ein Fisch. Das ist ein Stirb. Wie sicher bist du dir da? Absolut sicher. Okay, nice. Oh shit. Da ist er noch. Ey. Da ist er noch nicht so. Du, geh weg von mir. So ein bisschen. Geh weg von mir so ein bisschen. Ich mein, es sind nur noch du und Sascha am Leben. Und dann ist er. Wieso war er es dann? Ja, du hast keinen Grund mehr zu vertrauen. Natürlich nicht. Schießt du da gerade auf Lapo? Ja, ich schieße auf Lapo. Bitte schau. Das war aber ne kurze Runde, muss ich ja mal sagen. Oh ja. Ja, aber du. Das war auch freudig gespielt von mir. Ich hab zweimal auf Nienchen mit der AWP geschossen und nicht getroffen. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du auf mich schießt. So Niedchen, du darfst. Ach so, ja. Danke fürs Zusehen an alle. Guckt bitte nochmal in die Beschreibung, damit ihr auch die anderen so ein bisschen kennenlernt und ansonsten danke fürs Zusehen. Wunderschönen Abend noch. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.